na klar zwei schneezombies und schon wieder bei hits jetzt habe ich jetzt habe ich hunger da freue ich mich schon auf die starvation wenn nämlich alle fleischlichen essen schlecht für dich sind in der starvation mod ist alles was ausweich besteht eigentlich schlecht für okay ist das so von veganen programmiert oder was fast food ist das ach so da kommt der nächste fast food in der apokalypse ist böse ok damit noch rohkost essen oder was hast du nicht gesehen haben wir eigentlich reparatur kids weiß nicht aber vielleicht haben wir glas benzin ne benzin brossel gar nicht stoff ne wenn stoff und ich guck gerade mal reparatur kit aber ein schraubenschlüssel müssen auch nach eisen brauche ich auch noch da guck dir das an der sieht aus wie so ein indianer hier indianer habe ich gesagt stopp 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 wir haben keinen stoff wir haben keine eisen jedoch ich brauche eisen ich brauche ganz viel eisen drei schneezombies auf einem fleck aber hat wir nicht so viel stoff eigentlich reichen hier bundeln können ich gehe mal stoff suchen ich gehe stoff suchen wer hat mir mein stoff geklaut hier ist ein feld das sieht gut aus hier sterbe ich doch gleich wo war warum bin ich so überhitzt was hier soll der schatz sein bin ich niemals ein kleber und fiedern ja genau das ist so das sind so die normalen zombies anscheinend hier die einen sind feuer und flamme wenn sie dich sehen und die anderen die springen nicht fast an wenn das bei den frauen auch immer so wäre sehen sie heute auf der suche nach dem schatz und früher stand da mal im berg ja nee das ist wirklich so aldo der schatz hier der ist so das ist hier mitten im grand canyon ist der schatz war wurde glaube ich ich habe es mir schon fast gedacht ich muss gar nicht wurde der ist was haben wir denn da wo eine wood splitter mod 123 schrotzen schuss 15 silbernuggets noch mal eine MR10 mit zwei schuss dazu und noch ein gold nugget also schrotzen würde ich gerne das habe ich mir fast gedacht was war das erste eine wood splitter mod also die kannst du in die steinachs tun der masse 15 prozent mehr schaden auf bäume wird gut wird es genauer woodspikes kein problem oder sie schon wieder ein spider geht das bräuwolf oder soll ich dir versuchen zu helfen die flitzt raus ist er tot? geht und was hat er? was hat er? was hat er? ein Schlettschämmer, eine Militärhose und ein Beaker das ist doch schön das hört sich doch gut an in dem Gelände kämpfe ich nicht gegen Zombies dann trifft er ja auch nichts hier you are freezing ja ne ist klar, toll erst zu warm, dann zu kalt ja, das ist schlimm jetzt ist wieder orange ich versuche ein paar Ressourcensteine noch zu kloppen wofür? Eisen ach so ich muss ja nach unten die Garage aufwerten, die war ja komplett offen ähm, aber irgendwie bin ich schon wieder rot jetzt Mist was ist denn hier los? kriegen wir eigentlich so viel zusammen, dass wir die Spikes auch ein bisschen aufwerben ähm in der Spiegel sind 250 gespiegelt Reisen ok, dann brauchen wir nur noch mehr Holz wie viel brauchst du für ein Spike? vier ich geh noch Holz hacken ich hack noch Holz habt erst 700 Holz ich lasse jetzt 1200 Fallspitzen auslaufen und jetzt geh gleich nochmal auf Eisen ich hab jetzt gerade noch Kabelstor am Laufen äh, ich bin jetzt voll im Stress das hört sich glaube ich ganz gut an im Moment ja geht so für Tag 5 ist das gut du? du? die Horte kann kommen jetzt äh das war die äh äh ja ne wir müssen ja noch aufhören ach, äh, ja äh, Arbeit überlebt und schon wieder rot oooohh boah halleluja dauerfrierer halloo Bärtchen alles alles fitting ähm wollen wir nicht mehr aussehen machen wir noch ein paar Spikes fertig da war ein Schwein 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 geht hier nicht damit runter dann ist er ab alles ja ja hauli hauli schweines Schweines tot? Hä? Könnt ihr noch ein Pünktchen vergeben? Wo könnte ich noch ein Pünktchen reinmachen? Ja, ich hab glaube ich auch noch einen. Ich hab auch noch keine Ahnung. Aber der Load bringt nix. Da brauche ich noch ein Level Strength. 1 nach 69er könnte ich machen. Aber bringt nicht viel, ne? Ich guck mir meins heute Nacht an. Wir buddeln ja nicht mehr. Macht ja wenig Sinn. Äh, Boom Headshot. Einer von 5 könnte ich machen. Hm, hm, hm. Ja, ich denke mal, das nützt mehr. Boom Headshot, das ist cool. Auf jeden Fall besser und sinnvoller, glaube ich, als meiner 69er jetzt. Deswegen habe ich nicht in Boom Headshot gepackt, weil ich nicht treffe und ich dann lieber mit der Call. Achso. Nö, wenn ich treffe, dann treffe ich. Also... Wenn ich dann treffe, dann treffe ich. Wenn du triffst, triffst du das. Ja, ja, ja. Das sage ich auch immer. Ich habe immer noch eine Trefferquote von rund 70 bis 80 Prozent. Von deinen drei Schüssen. Hä? Ja, von allen Schüssen, die ich abgebe. Also doch vier. Ja, kommt drauf an. Also... Bei dem Vanilla hier brauche ich ja mehr als vier, also... Äh, wer macht den Eingang hier unten eigentlich noch zu? Ähm... Nein! Ich wollte nicht sagen. Hä? Äh... 70... Das hat sich jetzt nicht nach ich angehört. Das hat sich nach Minus 70 Health angehört. Alter. Mach mich doch nicht fertig hier. Ich will nicht sterben. Einen Satz, den ich von Proxy nie erwartet hätte. Was? Wir buddeln nicht mehr. Nee, macht dann Tag fünf ja wenig Sinn. Ähm... Ah... Ich habe trotzdem zu wenig Eisen. Scheiße. Meinst du? Ja, ja, klar. Ich komme nicht mehr weiter jetzt. Ich bräuchte noch ungefähr 1000 Scrap Iron. Proxy? Mhm? Kannst du mal gerade buddeln? Hast du eine Schaufel? Ja. Da vorne in die Ecke. Kann ich da wenigstens Spikes hinsetzen. Sieht komisch aus, die Ecke da. Warum steht bei euch fünf von acht? Äh... Weil wir bei Die Hardcore immer bis Tag acht, zwölf Uhr spielen. Ähm... Irgendwann ist da komisch. Warte mal. Danach ist es halt nicht mehr... Nicht mal mehr annähernd spielbar. Die Ecke ist seltsam. Warst du echt? Ja. Äh... Soll ich auch noch Spikes machen? So 10, 20? Ähm... Spikes, was wir kriegen können. Okay. Kann da nichts draus setzen. Ja, ist komisch die Ecke, ne? Ja. Ja. Also... 25 können die machen. Wir sind durch eine Ecke angreifbar. Hilfe. Ja. Ja. Oh, apropos angreifbar. Hier ist... noch eine Band kaputt. Äh... Bärtchen, wir haben halt... Ähm... Wie gesagt, wir haben ein bisschen was verändert. Also wir haben es Vanilla gelassen. Ähm... Und unter anderem auch so ein bisschen das Aussehen verändert. So ein paar kleine... minimale Sachen. Das ist echt schwierig, ne? Wie komm ich denn jetzt hier an den Eisen, verdammt? Okay, Daktes. Äh... Aldo ist... Äh... Ich bin... Äh... Du solltest mal zu mir kommen. Ich hab gerade zwei kleine, dicke Zombies bei mir. Ich wollte dir die Schrotts immer nie geben. Wo bist du denn? Ich müsste pink sein bei euch. Ja. Ah, Zombies! Nehmen wir mit darin. Ja, pass aber auf, dass du nicht unbedingt, wenn ich daneben schieße und dir in den Kopf schieße... Ja... Er ist... Er brennt erst mal. Vielleicht macht es dann Boom Headshot bei dir. Das wäre ja interessant. Boom Headshot. Burn, baby, burn! Oh, ich bin gelabelt. Ich glaub's ja kaum. Ich sitz jetzt hier mal Spike Spider, ne? Oh, äh... Hier bin ich. Äh... Oh, ja. Die Ecke da ist echt komisch. Wie er das jetzt auch mal gesagt hat. Oh, ja. Ja. Customizing in Seven Days. Ja, unter anderem. Also... Wir lassen uns schon genug einfallen, glaub ich. Mhm. Weil das Normale ist ja langweilig. Ich wandle hier schon zwischen den Spikes, äh... Wie so Houdini für Arme. Okay. Äh, haben wir auf der anderen Seite auch schon Spikes? Ich wollt grad sagen, hier ist nicht so viel. Hier ist überall nicht. Hier ist schon wieder so ne komische... Was? Wer hat gebuddelt? Hier muss auch gebuddelt werden. Hier ist... Die Ecke ist so komisch irgendwie. Wohl, da können wir einfach welche draufsetzen, glaub ich. Wo bist du denn? Außen, oder was? Äh... Äh... Ach so, hier. Ja, ja. Ich lese das gleich vor, Katrinchen. Boah, 61. Hallo, ja. Und ich hab nix zu futtern. Warte mal, ich erst mal kurz was kleines. Äh... Okay. Äh... Die sieht sehr seltsam aus. Die Ecke da. Ja. Tote. Ähm... Und schon wieder durch. Die kann ich ja auch verkaufen, ne? Oder brauchen wir die irgendwie für irgendwas? Nö, die kannst du verkaufen. So, dann... So. Dann... Ich mach... Ich mach, glaub ich, mal nebenbei. Auch heute heißt es, Loot erjagen, sich mit Zombies rumplagen... äh, rumzuplagen. Mit Axt und auch mit Bogen. Das wird klasse, ungelogen. Alduar fällt hier Baum um Baum. Proxy lootet jeden Raum. Mit Pfeilen nach Zombies schießt der Brause. Bräuwolf. Macht beim Ressourcensammeln keine Pause. Und die Moral von der Geschichte... Dann ist das wie ein Gedicht. Und was für ein schönes Gedicht. Oh ja. Auf jeden Fall, wenn's von dir kann. Oh... Mein Respekt. Man könnte jetzt auch sagen, Respekt auch von meinem Bart. Ähm... Wie... wie sichern wir eigentlich den Vollereingang? Mal ganz doof gefragt. Da ist doch noch gar nix, ne? Äh... Okay, warte. Ich guck. Also... Die Cobblestones, wo der ein Pfeilwolf machen wollte, wo sind die? Die hat er ansteckend. 500 und. Ich würd nämlich präferieren, dass wir da vorne mit Cobblestones dicht machen. Ja, du machst hier mit Cobblestones dicht und äh... Spikes davor. Dann werden Spikes davor gelegt. Ja, ja. Ja, würd ich auch sagen. Also theoret... Theoretisch ist, äh... Präferenz, äh... Das Wichtigste. Tag 6, ähm... Holz, Holz, Holz. Genau. So. Pärtchen, wir verstehen uns. Jetzt geh ich noch etwas Holz hacken. Die geht ja schneller weg wie nix. Die Seite hier ist auch... äh... Schlicht und sichert? So. So krummisch. Ah, ja. Ich kaufe jetzt die, die Fünfer-Feuer-Axt und mach die Wurzblätter auch noch da rein. Dann können wir gut Holz fahren. Äh... So. Ja, genau. Wird von meinem Bart kontrolliert und gesteuert. Mein Nick Boss. Mein Nick Boss. Mein Nick Boss. Freundschaft. Mein, mein. Mit Schickensammler. Mit Schickensammler. Ja. Ja. Off-Stream gehen wir richtig ab. Chicken-Mitsammler. Im Stream, äh... Wird das jetzt hoffentlich... Oh, scheiße. Da oben ist ein Wolf. Oh, oh. Machen kaputt? Nee. Erstsicherheit suchen. Irgendwohin, wo der nicht hoch kann. Und... Nein! Spider! Oh, scheiße! Nein! Okay. Nicht, dass nachher jemand sagt, ich hätte es nicht gesagt. Wir haben es gleich 20 nach 8. Ja, ich habe es gesehen. Das ist gerade scheiße. Es ist gerade sehr ungünstig. Da hinten ist noch ein Spider. Alter! Kann man hier mit dir rüberkommen und den Wolf killen? Das wollen wir zu futtern, hm? Ich frage nur so provisorisch. Für einen Freund. Genau. Für eine Nachbarin. Hier ist auch noch ein... ...Spider irgendwo. Mist! Jetzt ist der Spider ins Haus. Verdammt. Jetzt bist du da oben. Wo ist denn der Wolf? Äh... Rechts von dir. Rechts von mir ist auch ein Spider. Ja, der Spider ist auf der Straße und der Wolf ist hinten dran. Auf der rechten Seite des Grundstücks. Jetzt kommt der Spider nicht mehr heraus. Scheiße. Jetzt ist der Wolf erschrocken. Ich höre den Wolf, aber ich sehe ihn nicht. Äh... Er ist direkt auf dem Straßenrand. Schwarzer Wolf. Jetzt ist er auf, Aldo. Jetzt kommt der zu mir. Jetzt seid ihr auf euch bei, Aldo. Das ist auf jeden Fall komisch. Ach komm! Muss nachladen! Jawoll! Bitte, danke. Ja, danke. Jetzt nur noch der Spider hier unten im Haus. Das wäre auch nicht schlecht. Lass den Spider Spider sein, mein Gott. Der Spider unten im Haus? Ja. Ich höre ihn nicht. Er ist da eben reingeladen. Grüße von Mikbos an die Mitspieler. Ja, grüße zurück Mikbos. Oh, das sieht aber ganz schön kaputt aus. Wer war denn das? Hinter uns ist ein Zamböse. Wo ist denn der Spider jetzt hin? Wo soll er denn ein Spider sein? Ja! Der ist hier eben rein. Ich habe ihn zweimal getroffen und dann ist er... Dann hat er sich verpisst. Er hatte keine Lust mehr auf dich. Hm. Okay. Weil du ihn nicht angreifst. Ah. Ich habe ihn zweimal getroffen. Es ist gleich 22 Uhr. Ja. I see, I see. Ich muss mir gleich die Skills mal überlegen. Oh, eh was zu trinken. Um zu wissen, was ich jetzt noch skille. Doch. Ach komm. Ups. Einmal Laka. Okay. Boah. Bei uns, bei uns, bei uns. ich bin drin ich bin draußen willst du die ich glaube mal wieder auf und guck mal keine ahnung ich mach mal wieder auf hier so ein übel ja unten ist noch offen da kommen die alle durch das macht immer ein spider zombie macht ich sehe ihn noch nicht wo bist du denn spazilein spider schwein spider schwein macht was immer ein spider zombie macht das auch nicht mysteriös